Hallo liebe Kapitän und Sukkulentenfreunde, da ich ja leider im Moment viel zu wenig Zeit habe, ein wirklich vernünftiges, schönes Video zu machen, gibt es einfach mal einen Flug über die frisch getopfte Gymnokalitium-Sammlung. Die meisten blühen trotzdem sehr willig und sehen wirklich klasse aus. So, einfach mal genießen, da ist sogar einer mit grünen Blüten dabei. Hier hinten habe ich gesehen, gibt es noch zwei mit grünen Blüten. Ich mag ja die mit den weißen Puscheln und überhaupt die Gerippten. Finde ich total cool. Genau, gerippt mit grünen Blüten. So, jetzt fliegen wir nochmal weiter. Hier ist alles kunterbunt gemischt. Aber einfach mal kurz drüber fliegen. Ich hoffe, ich langweile nicht damit, aber ich finde sie im Moment einfach so klasse. So, das sind jetzt alle die, die ich in der letzten Zeit neu getopft habe. Ich fliege jetzt gleich nochmal über meine andere Sammlung. Also, ich hoffe, ihr hattet an den Pflanzen genauso viel Spaß wie ich und wünsche euch eine ganz tolle Zeit.